ja und was haben wir denn hier in meiner a klasse die a klasse ist eigentlich uninteressant dies einfach nur ein auto die bringt mich von a nach b aber ich habe sie ein bisschen modifiziert und zwar habe ich einen übertragungswagen daraus gebaut ich zeig das mal ich habe hier eine stromversorgung ich habe einen monitor der zeigt mir gerade alle kamerabilder an und das oben rechts ist das was ihr gerade seht und ich habe hier sogar eine sprecherkabine da kann also jemand drin sitzen und kann eine live show sehen kann sie sogar steuern das heißt er kann die kamerasignale steuern und er kann die ganze sache kommentieren hier hinten ist ein produktionsrechner mit diesem system kann man vollwertige arbeiten leisten das ist ein mac der hat richtig power und wir können hier filmschnitte machen fotos bearbeiten musik produzieren alles aus dem kofferraum raus das hier ist sozusagen das herzstück der bildmischer direkt in der fahrerkabine kann ich hier alles fernsteuern und entscheiden welches signal gesendet werden soll über den computer kann ich noch weitere signale hinzuspielen wie videos präsentationen webseiten et cetera und kann das signal daneben an youtube oder facebook weiterleiten und jetzt gehen wir mal vor zum fernsehstudio eins zwei drei einhören media ja